Hallo Leute, mein Name ist 5Plays und heute spielen wir Hoheres Ganslinger Dings, Call of Hoheres Ganslinger und das haben wir jetzt schon eine Weile nicht mehr gespielt, ich meine nicht so lange her, aber ihr wisst was ich meine. Und wir müssen einen Indianer jagen, glaube ich, denke ich und das machen wir jetzt auch einfach mal und wir können auch sogar was upgraden, was ich jetzt auch schnell mache. Okay, wow, oh shit, oh, 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 okay, aber es hat wieder keiner geantwortet auf meine Frage, ob ihr Mad Max oder Ganslinger haben wollt. Also, what the fuck, fick dich Vogel, niemand macht das, wow, Leute, nope, einer, zweiter, dritter, nächster bitte. Hm, also, was seid ihr? Oh ja, äh, komm jetzt, wer, oh, okay, ich bin so tot, ja, okay, das war dumm, jetzt probieren wir gleich mal nochmal. Also, noch einmal, frag mich, ob ich ihn von hier aus schon sehen kann. What the fuck? Wow, shit, der Fluss, er ist tödlich. Ja, jetzt komm einfach. K, Floor, ein, ah. Das hätte mal so gut, so flüssig funktioniert. Ah, das war langweilig, komm, das hat davor viel besser geklappt. Einer, zweiter, dritter, Sohle rausholen im besten Fall. Okay, und dann nehmen wir uns auch gleich die Schrotmitte. Warum machen wir da überall die gleiche Schrotmitte steht? Ich beschwöre mich nicht. Ah, Wenn sie ihn getreffen, yeah. Long shop, baby. Äh, wo sind denn die? Toll, wo ist der? Soll, ich stecke fest, das gefällt mir nicht. Toll, Alter. Alter, Falter. Wo sind die? Hier. Hitmarker. Shit. Nope. Geht doch endlich, Mann. Jeez, okay, da ist noch einer. Gib mir die wer. Komm raus. Niemand mag dich. Oh, shit, sind hier viele. Ist ja unnormal. War's das? Bitte sagen, es war's. Das ist Reißbier. Okay. Alter, wie ich den nicht treff. Das ist schwerer als es ausschaut. Schon wieder schwerer als es ausschaut. Ah. Muss mal hin. Geh man echt keine Richtung. Mann. Ja, und was jetzt? Steck ich hier fest. Achso, hier. Oder? Oh, fuck. Gewehr. Tu halt das Gewehr raus. Verdammte Scheiße. Äh. 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 Loi. Äh. Nein. Oh. Oh, komm schon. Okay. Wir sehen uns, wenn ich mit dem Passage fertig bin. Okay, wir sind mit... Oh. 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 What? What? Das sind überall... Ach, da. Stop. Können wir jetzt? Please. Yay. Okay, na dann. Okay, los. What? What? Ach, hier lang. Äh. Das sind viele. Wow. Das sind viele. Das sind wieder zu viele. Viel zu viele. Ach, komm. Wirklich jetzt. So. Ah. Okay. Hier lang, hier und da, da. Alles klar. Ist das, wie Pitch Black in there? Actually, es war ziemlich gut lit, weil sie Torche auf der Wallen hatten. Echt? Habe ich keine von gesehen. Da hat doch die jetzt einfach noch automatisch nach. Das nervt. Ich glaube, der Schrotflint ist hier gar nicht so schlecht. Meins. Und den Ranger. Warum eigentlich nicht? Der Ranger war immer ganz gut. Boom. Boom. Aber nicht, wenn er nicht vollgeladen ist. Und scheiße. Wer legt einen nicht vollgeladenen Bevolver dahin? Oh, shit. Wow. Oh, shit. Ich bin so am Arsch. Alter. Alter. Ah, fuck. Okay. Muss zurück. Zug. Einer. Fuck. Zweiter. War da noch wer? Gehen wir mal hier lang. Oh, shit. Ist das viel Weg. Bin ich gerade im Kreis gegangen? Oh, man. Das ist verwirrend. Wow. Oh, das sieht gut aus. Ehm. Ach, komm. Wie groß war das, Cave? Groß wie hell, Ben. Ja. Äh. Äh. Außerdem, die, äh, Videos werden hier so wenig geschnitten sein wie möglich. Weil hier geht es ja um die Story. Ich meine, das habe ich schon gesagt, dass es darum nicht geht hier, aber habe mich jetzt entschieden, dass es hier doch um die Story geht. Dave was haunted with dead Indian Ghosts? Genau. Hm. Das wollte ich auch gerade sagen. Wollte auch sagen, dass hier es von toten Indianern spukt. Ich bin schlecht. To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones. Hier. Äh. Was? Was ist passiert? Ich habe gar keine Tasten auf dem Bildschirm gesehen. Well, shit. Habe ich Dynamit? Jo. Habe ich. Das bin doch mein Dynamit. Ich habe die Dynamit. Was schert. Hier. Yeah. Was das? Bonk. Einer. Zweiter. Und dich habe ich auch gesehen. Mann, ich denke, immer mal sieht sie nicht, aber nee. Oh ja, also das wird jetzt hier so wenig wie möglich geschnitten. Aber wir ja das ganze Gameplay sehen. Also, die ganzen Scheißversuche, wo ich nichts hinkriege, die kann ich auch schneiden. Aber auf jeden Fall werden sie nicht auf dem Level geschnitten. Wir z.B. Oh. Äh. Äh. Wie come you know so much about engines? A few years back I was married to two Mescalero women. At the same time? Yeah. They were sisters. Religion is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them sent. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh. Well, I pursued him into the cave of death. Oh, shit. I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows. And I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart. And if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. Hm. What? Draggy. Drags, dude. There, that's some drags, dude. These are the drags. He said I was a great warrior. A coyote man. Unequaled by an elder pale face warrior. Or something like that. Okay. Das sind echt Drogen hier. Das ist gar kein Cowboy-Spiel. Das ist echt nur ein Drogen-Simulator. Das ist echt nur ein Drogen-Simulator. Neuer Level. I get what he was saying, but there was definitely Snipes. What? Wow. What? 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 Was ist das für ein Scheiß? Okay. Oh, fuck. Dankeschön, du übertreibst du aber hier. Okay, was jetzt? Noch mehr? Noch mehr? Ich kann damit leben. Komm, noch rein. I swear I couldn't see any way out of this trap. But suddenly one just appeared. Kind of like a miracle. Hmhm. Hmhm. Realismus. Realismus. Munition. Okay, wir können uns upgraden. Das mache ich jetzt auch mal schnell, aber das schneide ich raus, weil das ist langweilig. Oh mein Gott, ich habe eine Silberschrotflinte. Oh. Mein. Gott. Silber. Okay, komm los. Ich gehe raus. Ich gehe raus. Oh, ich gehe raus. Oh. Mir auch wurscht. Ähm. Okay, hier lang. Und... ach, co! Okay, los Los Okay Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, dass so nur anlügt Könnte sein? Könnte sein Fick dich Fick dich Fick dich Fick dich Wow, 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 wow No Huh Uh, das is nice, das ist nicht das neue Upgrade, das mir cool Also der Typ, der mir nennt äh, Kopfschuss verpasst, der wird dann zum äh, geht mit dem Kopfschuss markiert Ah Das hat dich getroffen Äh Okay Alter, jetzt verpisst euch doch endlich mal, niemand mag euch Okay, das war jetzt schon Ja, was wollten wir sagen, ne? Ja, was wollten wir sagen, ne? Okay Und würd'n, du wundernst, das krafty sonneb**** led me right into a trap Was W- 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 A- ich bin aber der Typ mit der Schrift in der Hand pd die hie ach und derzeit er wieder hat sich zu viel Angst um mich nun mal an Prozent der Euro und das kenne ich ich habe auch Angst vor diesem Typen aber so ein Typ der einfach alles niedermädt einfach BÄM nächste bitte BÄM BÄM Ka BÄM Ka BÄM what the f ok langsam sind es viele langsam sind es viele es reicht jetzt du noch war es das bitte wirklich jetzt das macht Sinn mhm er macht immer 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 Sinn ja wir machen nur diese Mission bei die taut das ist die aber was warum von mir gesehen habt, dann könnt ihr noch ein Abo, dann ein Like da lassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao! Outro